Moin Pios. Die Schall haben wir jetzt alle durch die Bank weg. Eigentlich gar nicht mal so kacke, da müsste nur was anderes rein. Oder wenigstens ein bisschen mehr? Ich darf noch ein bisschen was dazu packen und dann gibt es noch mehr Spaß. Ich würde vorschlagen, die letzten fünf, die machen wir mal so ein bisschen in Masse. Der war jetzt mal ein bisschen besser wieder. Ja, der hat sich ein bisschen besser gescheffert. Aber auch dieser Rauch, der auf der Straße steht. Ich weiß nicht, ob du dort mal den sehen kannst. Richtig mal rein. Ne, sieht man leider nicht. Innen gerade war noch richtig schön zu sehen. Da zieht er. Gerade ein bisschen aus wie so ein Falke, oder? Ja. Schön, dass es nicht nur mir aufgefallen ist. Jetzt haben wir jetzt noch sechs. Ich sag mal für fünf Euro vom Zimmermann. Kannst du echt mitnehmen. Einen machen wir noch. Ja, du kannst nicht meckern, ne? Die anderen bauen wir mal einen Kreis auf. Puff, der kommt bis hier vorne wieder her. Ja. So, nochmal schauen, ob es funktioniert. Oh ja. Plup, 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 plup. Ja, so hin und wie hat man ja so ein Ding auf dem Auf gemacht, da ist so ein etwas grobkönigeres Pulver drin. Ich hab die Dinger in der Jugend auch schon aufgemacht. So, fünf Euro die Schachtel voll in Ordnung. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.